sind die noch weiter hier hinten oder wie ja noch ein Stück äh ja eins lag gerade auf mir ja sehe ich gut hier war doch sonst noch irgendwo eins 34 noch eben gerade noch gesehen ja nur mehr 34 bis wo ich höre mal sagen da hinten wo ich gerade mit hinrenne ja hier kommt weiß die sind gegen nahkampf empfindlich fällt mir gerade auf ja die sind ziemlich gegen nahkampf anfällig er ist richtig ich schieße dich an und du wirst von mir noch geheilt ja ja ich glaube das machen wir mal später oder so was wir machen diese Mission später mal weil ja bis wir da fertig sind ja das ganze Set hier schon zu Ende ja ich verkauf jetzt auch mal ein wenig mein Zeugs es den Revolver brauche ich nicht und Klaus-Mod für die Sirene brauche ich auch nicht was ist das denn nix den brauche ich auch nicht da ist da ist Schild ja hört sich doch doch sehr nach einem G-Shield an ja ist ja alle am Schocken hm ich schaue nochmal kurz hier oben vielleicht ist hier irgendwas interessantes das irgendwie beginnt hier die Kampffmusik hey halt stimmt man sollten sie ja nicht überfahren ähm ich schlag aus genau deshalb ja ist klar wirst du lange gebraucht nächstes Level ab dank mir weil ich das Vieh gekillt habe dazu hab ich ein Level ab also ihr solltet die Viecher echt mit Nahkampf angreifen das zieht immens wie ihr Leben ab bei denen warte seiten ihr wir sind irgendwo hier hinten wo uns nämlich grad ein paar Viecher entgegen geflogen sind wohl wollten wir mal schauen was hier hinten so ist wahrscheinlich muss man hier um so ja stimmt es heißt ja nicht umsonst die tolle Strecke von Pandora ok ok beim jetzt klappt das aber mit dem Sprechen aufgehört ich glaube wir müssen diesen ganzen Parkour hier abgehen und alle Viecher killen die uns hier entgegen kommen boah ich bin schon zu euch auf dem Weg keine Sorge immer ruhig Leute immer ruhig wir haben es unter Kontrolle wie gesagt nach der Höhle drin oder wie ja ja die sind in der Höhle drin ähm hier ist ein Klassenmorteil ich glaub ich hab irgendwo rumfliegen sehen für ja Soldat äh verbesserte ähm Skorpion Geschwister es führt Säure Schaden hinzu hier das sind Säure Artefakte Horst ne da steht aber Soldat Säure echt Säure Artefakt ja weil ich konnte nicht aufheben weil es bei mir rot gewesen ist bei mir steht Säure Artefakt achso ok hab's schon gefunden Gott danke ja und ich hab ein Brand Artefakt wie ein Berserker aber ich hab ja schon eins ja Schock und Brand Artefakt jetzt noch ein Säure Artefakt aber wo bleibst du? ah ich hab jetzt Brand Artefakt also Brand hab ich jetzt Stufe 2 ich hab erst Stufe 1 und Schock ja Schock hab ich auch ja jetzt ist hier der Nahkampf irgendwie voll uneffektiv ja 2.000 Erfahrung und jetzt nochmal ein ähm Klass Mod Säure Artefakt für den Soldat Vorsicht hier wo ich stehe ist nochmal Säure Artefakt für dich Chris wo hey Nummer 2 1 wo äh ein Loch ja auch das meiner so wir haben alle wir wollen uns noch mehr an ja es gibt noch immer welche ja die Motivation ich glaube weiter ah ah ha 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 gut was war das? ich renne einfach voraus aaaah ha 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 No ha m ha 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 Gut, ich schau mal, was machst du da? Missionstechnisch. Ventile schließen oder Revolver zusammensuchen oder in Elemente Artefakt finden. Erst mal das Ventil, würde ich sagen. Okay, habe ich schon angenommen. Hier fährt er wieder ohne uns rum. Ja, er sagt gleich ein Auto. Ich besorg mir keinen. Nein, hier kommt man wieder zurück. Ja, okay. Hä? Keine Ahnung. Ich bin erst mal zu Fuß unterwegs. Ah, was war das? Irgendwas brüllt hier. Ja, ich habe es auch gehört. Ah, da unten. Oder? Ne, der ist schon tot. Das Brüllen hat mich jetzt ein wenig irritiert, muss ich sagen. Ich habe eben Schiss bekommen. Du brauchst keine Angst haben. Mami ist gleich bei dir. Ach, halt die Fresse. Hallo. Hm. Wo ist denn das Ventil da oben, oder? Boah, am anderen Ende der Welt. Ne, ist doch... Ne, ist doch... Ah, da oben ist es. Ich sehe schon, wo es ist. Du musst hier links. Ja, ich war... Nein, nein, nein. Oh, oh, oh. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Das ist das Ende der Welt, ne? Kann man denn überhaupt runterfallen? Ja. Ja, da kannst du runterfallen. Und dann bist du tot. Was ist denn hier? So viel zum Thema Ende der Welt. Haha. So, da, ich habe ein Ventil. Ich schließe es mal. Schön für das Ventil. Ähm, ich will es benutzen. Geht doch. Gut, noch ein Ventil. Leute, wo seid ihr? Wir sind hier oben. Ich bin hier oben. Was macht ihr da? Ah, ich sehe schon das nächste Ziel. Scheiße, Born. Ich sehe schon das nächste Ziel. Na, 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 na. Na, Paul. Na, Paul. Cheater! Ich bin zu Fuß unterwegs und fang fast so schnell wie ihr. Was war das? Wer da oben ist doch ein grüner Strahl. Wieder. Cool. Wie kommen wir hier rein? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Ich habe einen Revolver gefunden. Wahrscheinlich müssen wir hier die Mission... Hey, wie kommen wir... Ach, ich glaube, ich weiß, wie wir da reinkommen. Es wird jetzt ein wenig komplizierter werden. Ja, aber ich habe es gefunden. Revolver Zylinder. Ey Leute, wie kommen wir hier rein? Ja, ich auch. Nur mal so als reine Frage. Aber irgendwie ist es doch komplett abgesperrt, oder? Hm. Oder wartet. Ich glaube, ich habe eine Idee. Und ich habe eine. Wenn mein Särker so springen würde, wie ich es will. Dazu muss ich einfach noch diesen hässlichen Stein. Und dieser Stein will nicht so wie ich. Genau das, was der Chris gerade gemacht hat. Ja, aber Bubble kann es einfach. Ja. Ja. Ha, ich habe es. Mal schneller. Ah. Okay, und wie kommen wir jetzt hier raus? Ah, ne, da. Wo? WTF? Meint ihr den Schuss? Ja, ähm. Ach, suchen wir einfach mal schnell die Revolver... Die Revolver-Teile hier zusammen. Oder haben wir schon alle? Das sind die hier alle. Haben wir schon alle? Ja, ähm. Ach, suchen wir einfach mal schnell die Revolver-Teile... Die müssten doch eigentlich dann hier in diesem Gebiet sein, oder nicht? Hier in diesem Abteil. Ja. Was fehlt uns denn noch? Ich... Ähm. Uns fehlt noch der Revolver-Lauf. Und der ist auch hier irgendwo. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Ist nur eine Vermutung von mir. Wo ist denn der? Ja. Ich glaub, der ist... Ne, doch nicht. Ich hab gedacht, das sei auf irgendeinem Dach. Ja, aber ich stehe hier genau, wo er sein sollte. Ich stehe sonst noch den Himmel. Ja, dieser Marker zeigt nur an, wo er in etwa sein soll. Der zeigt nicht ganz genau an, wo. Hey, cool. Eine kleine Kiste. Geld. Am Ende hat der Bubble genau das Auto draufgeparkt, oder so. Da reg' ich mal lieber das Auto um. Nö. Gut, jetzt verbringen wir den ganzen Part damit, ein Revolver-Teil zu finden. Was zeig'n ihr davon? Hm. Hm. Ich finde keinen. Komisch. Also, ich finde nichts. Oder wartet's? Ich glaub' ich hab' ne Idee. Nee, doch nicht. Was zur Hölle? Hm. Wollte grad sagen, ich glaub' ich hab' ich... Was denn? Ich glaub' ich hab' mich hier festgepackt. Für einen Moment. Also, ich finde das letzte Teil irgendwie nicht. Am Ende ist es total simpler Platz, oder so. Hm. Ja. Scheiße. Habt ihr jetzt irgendwie ne Idee? Ah, ich glaub' ich weiß, wo das Ding ist. Außer es hat schon einer von euch da rauf geschaut. Was ich aber glaub' ich schon denke. Wir waren schon auf dem Dach. Nee, nicht auf dem Dach. Ich meine, auf diesem Teil hier oben. Nee, da hab' ich auch eins gefunden. Vorhin schon. Okay, das weiß ich nicht. Hier unten ist auch nichts. Hey, wie bescheidend sind das, Leute? Ah, wie spannend. Ja. Ich halte es nicht aus. Kacken und zumal gleich an in die Hose vor Spannung. Schon passiert. Zu viel Info. Ja, hab ich Geld gefunden. Also hier drin ist es jetzt auch nicht. Hä? Fuck. Ja, wer blöd, wann das ein Back wäre oder so. Ja. Ich bin grad auf, ich bin ja zu dir raus. Ja, ich bin ja zuf Grandpa.